Oh, hallo. Kann mich so lassen. Also, guten Tag, guten Abend. Video kommt am Wochenende. Es geht bei Sonntag. Ich hätte meinen Bad noch sauberer sehen sollen, sehe ich gerade. Das sieht ja aus. Tja, und zwar, was gibt's Neues? Ist ja dieses typische, was gibt's Neues oder auch nicht. Das mit dem Bad stimmt mich jetzt. Ich hatte den immer krumm an, das sieht aus. Ebenfalls zum Thema, zum eigentlich wichtigen Thema. Ich hatte euch doch mal gesagt, dass mein Microsoft Konto gesperrt wurde. So. Und es ist so, das Microsoft Konto ist gesperrt und es wird entsperrt. Darunter gibt es die Möglichkeit, Sie benötigen weitere Hilfe. Da unten ist ein Link. Dann können Sie das Formular ausfüllen, schildern Ihr Problem. Und dann haben Sie selbst reingeschaltet. So. Jetzt haben wir mittlerweile Woche drei. Ich habe mich dreimal an den Support gewendet. Also über dieses schriftliche Formular. Ich habe nach drei Wochen nicht einmal vom Support eine Antwort gekippt. Dann habe ich im Support angerufen. Also ich habe auch eine Anfrage im Microsoft Forums gestellt. Und dann habe ich einmal den Support angerufen. Einmal im Tab Bereich. Dann einmal im Account Bereich. Dann einmal auch im Xbox Bereich. Und einmal im Auto bzw. OneWive Bereich. Denn das Konto ist ja unter anderem auch verknüpft. Mit meinen ganzen gekauften Spielen. Mit meiner Windows Lizenz verknüpft. Also ich habe ja über das Microsoft Konto auch mein Windows Key gekauft. Und hier und da und überall. Beziehungsweise ist ja mit meinem Windows Key verknüpft logischerweise. Und in meinem Ressler. Weshalb meine Windows Aktivierung ja unter anderem auch weg ist jetzt. Und das auch seit drei Wochen. Das macht jetzt langsam Probleme. Unter anderem waren da auch wichtige E-Mails, die auf dieses Konto kommen. Wo ich nicht drankomme. Ich komme nicht an meine Xbox Spiele. Ich komme nicht mal, wenn ich offline spielen würde. Bei manchen Spielen. Ich komme ja nicht in die Safe Games. Ich kann mich ja nicht einloggen. Geht ja nicht. Und ja. Und der jeweilige Support. Ob das jetzt der Tech Support war. Oder für Xbox oder für Account etc. Eigentlich war es so, dass eigentlich bis auf einen Mitarbeiter. Jeder gesagt hat, wir sind dafür nicht zuständig. Und der eine, der sich ja gemeldet hat, der sagte. Der macht mich doch ein neues Makros zu können. Ich sage. Ja. Aber was ist denn mit meinem ganzen Einkauf? Da sind ja ein paar tausend Euro an Spiel. Und was da alles auf dem Konto liegt. Ja. Da können wir nichts machen. Ich sage. Wer soll denn sonst was machen außer euch? Ja. Wir können auch sehen, als würden wir nicht auf ihr Konto zugreifen. Ja. Aber wir müssen das doch freischalten können. Denn wenn ich mich über diesen benannten Link. Den ich jetzt zehnmal bereits ein Support-Ticket gekriegt habe. Habe ich ja Screenshots auf dem Rechner-Link. Dass ich die verschiedenen Support-Ticket zahle. Ähm. Passiert ja nichts. Ich bekomme ja weder, bekomme ich Bescheid. Nur wird das Konto wieder frei gescheitert. Ich weiß ja nicht mal, warum es gesperrt wurde. Also ich habe ja keine Ahnung. Keine unangemessene Inhalte hochgeladen. Oder irgendwelche falsche Profile. Das ist ja mittlerweile ausschauen. Wenn man jetzt zum Beispiel Skype oder Xbox oder was. Falsches Bild hochlädt. Ist mir jedenfalls mir persönlich nichts bekannt. Und äh. Ja. Nächsten Tag war das Konto dann zack fast dicht. Und dann Feierabend. So. Jetzt stehe ich aber nach drei Wochen immer noch da. Und bekomme keinerlei Antwort. Und am Telefon wird man einfach, letztendlich könnte man sagen, einfach mal abgewindet. Und mehr passiert nicht. Und so ist der Stand der Dinge. Äh. Gestern. Ja warte mal. Vorgestern. Wir haben heute Sonntag. Ich zeichne das ja mal einen Tag vorher auf. Äh. Freitag sind das dann drei Wochen mittlerweile. Und äh. Ich find's da so rein. Ich komm nicht dran. Ich kann nix machen. Wir fehlen halt. Es sind ja so viele Sachen mit Microsoft verknüpft. Das fällt einem dann ja wieder auf. Ich bin sauer und ich bin genervt. Weil das ist ähm. Ja. Meine Xbox ist mehr oder weniger unbrauchbar. Weil es gab ein Systemupdate. Und das Systemupdate hat mir für mich ein Problem gemacht. Und dadurch sind die Speicherstände weg. So. Aber wenn ich nicht auf mein Konto komme. Kann ich auch die Safe Games aus der Cloud nicht wieder runterladen. So dass die Xbox, meine Spiele, meine Erfolge nicht verfügbar ist. Und Spiele wie zum Beispiel Battlefield 5 oder so. Wie soll ich die runterladen? Nicht auf meinem Microsoft Account. Das heißt, ich müsste mir das dann auch mal neu kaufen. So wie alle anderen Sachen auch. Die man halt digital gekauft hat. Und äh. Was willst du da sonst noch sagen? Da kommt dann Verspruchs. Sie können das Passwort zurücksetzen. Na komm ich doch gar nicht hin. Oder sonstiges. Tja. Jetzt ist ja auch noch eine Pflege. Kommst du näher. Ja. Der Regner wird ja angesetzt. Da kommen wir ja die Fliegen und Mücken raus. Der. Diesen Binder. Ich sag mal. Danke fürs Zusehen. Sag einmal. Wisst ihr was. Wenn da nichts bei rumkommt. Werde ich mich beim Anwalt informieren. Und dann wechsle ich nach Playstation. Das kannst du mir glauben. Denn jetzt reicht es mir. Also ehrlich. Es kommt ja gar nichts. Da kommt ja keine Meldung. Keine Rektion. Seitens Microsoft. Und ich habe den mehr als genug Geld in den Arsch geblasen. Könnte man einfach sagen. Deswegen bin ich da langsam etwas gesäuert. So. Ich gucke jetzt dass ich mein Essen mache. Und äh. Tja. Wie man so schön sagt. Ich bin raus. Und äh. Macht ruhig einen schönen Sonntag. Wolltest du mir jetzt scheiße was hier. Macht ruhig mal einen schönen Sonntag. Und äh. Wir sehen uns. Ähm. Äh. Wenn wir Sonntag haben. Um 18 Uhr zu einem neuen Video wieder vorproduziert ist. Aber es war. Ja. Das war bestimmt ein gutes. Das war echt spannend. Untertitelung des ZDF, 2020